Der Traum vom eigenen Haus ist für viele Familien etwas ganz Besonderes. Damit solch ein Haus auch für die kommenden Jahrzehnte hohen Wohnkomfort und eine energetisch optimale Lösung bietet, hat Heinz von Heiden, Hersteller für schlüsselfertige Massivhäuser, eine zukunftsweisende Lösung konzipiert. Zusammen mit dem Heiz- und Lüftungstechnikhersteller Wolf sowie dem Smart-Home-Spezialisten Wibatler ist eine Hausautomationslösung entstanden, die zu einem äußerst attraktiven Preis eine komplett intelligente Regelung der Haustechnik beinhaltet, inklusive einer modernen Wärmepumpe und zentralen Wohnraumlüftungen. Ein solch beispielhaftes Haus wird derzeit in Burgwedel bei Hannover erstellt. Wir von Heinz von Heiden möchten unseren Kunden grundsätzlich Spitzentechnologie anbieten können. Und vor allen Dingen machen wir jetzt den Bereich Smart-Home für jedermann erschwinglich. Das ist das Besondere. Warum ist das eigentlich überhaupt nur möglich? Weil wir seit etlichen Jahren eine eigene Fachkompetenz im Bereich Smart-Home aufgebaut haben und dementsprechend jetzt in der Lage sind, tatsächlich jedem Kunden ein so überzeugendes Angebot zu unterbreiten, dass man ohne diese zukunftsweisende Technik eigentlich gar kein Haus mehr errichten sollte. Bereits seit 15 Jahren arbeitet Heinz von Heiden erfolgreich mit Wolf zusammen. Als neueste Entwicklung haben wir die Integration der Wolf-Wärmepumpe und des Deckenlüftungsgeräts in das Wibatler Smart-Home-System. Damit bekommt der Kunde einen einzigartigen Bedienkomfort und eine hervorragende Gebäudeeffizienz der Technik geliefert, weil die Systeme sich untereinander abstimmen, optimieren und damit kostbare Energie eingespart werden kann. Wir sind der Meinung, diese Technik sollte jedermann zugänglich sein und damit werden wir eine ganz neue Ära im Smart-Home-Bereich gestalten können. Das 140 Quadratmeter große Haus wird mit der Wolf-Luft-Wasserwärmepumpe BWL1S geheizt. Für frische Luft sorgt die Wohnraumlüftung CWL 300 Excellent, ebenfalls von Wolf. Also am Anfang war uns sehr wichtig, Energieeinsparungen und vor allem die Möglichkeit, die Heizung und die Lüftung zentral zu steuern. Als wir uns mit der weiteren Ausstattung des Hauses beschäftigt haben, war uns relativ schnell klar, dass wir noch weitere Bereiche hier im Hause mit einbinden lassen wollen. Wir haben uns dann dazu entschlossen, die Jalousien und die Beleuchtung mit zu integrieren. Eine moderne Wärmepumpe ist heute aufgrund der Umwelt- und Wartungsfreundlichkeit und der geringen Betriebskosten im Neubau erste Wahl. Darüber hinaus zeichnet sich die Wolf-Wärmepumpe dadurch aus, dass sich ihre Leistung stufenlos an den Bedarf des Hauses anpasst. Außerdem verfügt sie über einen Night-Silent-Mode. Damit wird nachts noch einmal der schon sehr geringe Schallpegel abgesenkt. Zudem ist die Wärmepumpe in das Wolf-Regelungssystem integrierbar und kann mit der Wolf-Smart-Set-App bedient werden. Natürlich ist die Wolf-Wärmepumpe Smart Home-kompatibel. Neben einem komfortablen und zukunftssicheren Wärmeerzeuger sollte man gerade bei Neubauten eine Wohnraumlüftung mit berücksichtigen, da heute die Häuser weitgehend luftdicht sind und ein natürlicher Luftaustausch kaum stattfindet. Eine richtig ausgelegte Wohnraumlüftung filtert Gerüche, Pollen und Allergene aus der Luft. Sie vermeidet Schimmelbildung und führt CO2 ab. Dadurch erreicht man ein angenehmes Raumklima. Die Besonderheit dieses Wohnraumlüftungsgerätes ist, dass das Gerät einen Kreuzwärm-Tosch hat. Hierdurch wird die warme Abluft nach außen geführt und die Zuluft, die ins Gebäude reingeführt, durch die Abluft erwärmt. Eine Erwartung des Gerätes ist einmal im Jahr notwendig. Der Filterwechsel ist sehr einfach zu handeln. Sowohl die Wärmepumpe als auch das Lüftungsgerät können mit dem Schnittstellenmodul Wolf Link Home verknüpft werden und in das V-Butler-System einfach integriert werden. Wir haben hier die Erfahrung machen dürfen, dass per App letztendlich die Beleuchtung als auch die zentrale Steuerung sehr komfortabel ist. Das System V-Butler können wir jedem Bauherrn weiterempfehlen. Wir haben die Möglichkeit, alles zentral zu steuern und es ist bedienungsfreundlich, kinderleicht. Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit stehen bei dem Smart Home System von Wolf und V-Butler im Mittelpunkt. Bei der Verschlüsselung setzt man auf gleiche Sicherheitsstandards wie beim Online-Banking. Alle notwendigen Grundeinstellungen des Wärmeerzeugers, der Lüftung und des V-Butler-Systems werden bei Inbetriebnahme durch die Fachpartner vorgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter den eingeblendeten Adressen.